Der Herr erklärt, mein Zorn gegen jene, die die Kleinen töten. Und Dallas wird nicht allein sein. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 3. April 2010 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online-Versammlung. Für all jene, die Ohren haben und hören. Betreffend Abtreibung und das Töten der Unschuldigen. Das sagt der Herr. Mein Zorn reicht tief und ist angefacht gegen alle, die die Kleinen töten. Doch nicht nur gegen sie, denn die Sünden dieser Menschen reichen bis zum Himmel. Eine ganze Nation ohne Gewissensbisse. Deshalb werde ich die Stadt zerstören und die Menschen meine Hand fühlen lassen. Denn ich habe alles Blut der Unschuldigen auf diese Stadt und diese Nation gelegt. Von jenem Tag an, wo es als Gesetz eingeführt wurde. Bis zum heutigen Tag. Aber Dallas wird nicht allein sein im Feuer. Denn alle Städte und Nationen werden am Tag des Zornes Gottes die volle Vergeltung empfangen für ihre bösen Taten. Sie werden sich in Rauch aufgelöst haben, wenn mein Zorn befriedigt ist. Denn ich bin der Herr. Und das, was aufgehäuft wurde, wird mit voller Wucht über diese Generation ausgegossen werden. Bis es keine Sünde mehr gibt vor meinem Angesicht. Bis all diese Bosheit weggefegt ist. Bis die ganze Erde mit dem unlöschbaren Feuer verbrannt wurde. Und jegliche Spur der menschlichen Königreiche verschwunden ist von diesem Ort. Bosheit und Gottlosigkeit wird kein zweites Mal entstehen, sagt der Herr, der Herrscharen. Er, dessen Gesicht angefüllt ist mit der Hitze seines heissen Unmutes. Dessen Eifersucht wie ein wütendes Feuer brennt für seine geliebten Kleinen. Dessen Antlitz sich verändert hat und hart gegen die Menschen der Erde gerichtet ist. Dessen Eifersucht wie ein wütendes Feuer brennt für seine geliebten Kleinen.